so freunde des nerdstuffs heute haben wir diesmal haben wir ein paar ein badge pack von marvel avengers das glaube ich auch von wie heißt es ja piramid artgroup hatte ich schon das ist wieder eines der englischen wörter die ich scheiße aussprechen kann muss ich leider hart aber war zugeben es gibt da so ein paar wörter da bin ich echt echt nicht dran auf jeden fall ich weiß nicht wie viele badges ich schon habe ich müsste eigentlich mal die jetzt liegen die einfach alle nur in so einer so einer box drin das ist alles ist ja eigentlich auch noch mal irgendwas damit anfangen weil einfach nur kaufen und haben ja sehen auf jeden fall schon ich hoffe man kann sehen recht nett aus so hier haben wir noch captain america so und jeniger ja so freunde des nerdstuffs ich muss mir damit wirklich mal irgendwas einfallen lassen erstmal erst mal lege ich sie hier ich wünsche euch einen wunderschönen tag wenn ihr bock auf mehr nerd stuff habt guckt immer eine anderen videos ansonsten lasst mir gerne ein follow ein abo da verlinken werde ich die teile auch wenn ich sie finden sollte ansonsten bis denn dann ciao